Freut mich, dich hier auf unserer Webseite begrüßen zu dürfen. Du hast sicherlich eine Werbeanzeige von uns gesehen, sei es auf Facebook, auf Instagram, auf Google, auf YouTube und bist somit auf unsere Webseite gestoßen. Und ich als Geschäftsführer und als CMO möchte gerne einfach mal hier ein paar Worte an dich richten, damit du ganz genau weißt, was wir machen, wer wir sind und du dir einfach ein Bild über unsere Dienstleistung machen kannst. Und wenn du jetzt hier draufklickst und auf unserer Webseite bist, dann hast du prinzipiell wahrscheinlich Interesse daran, dein Unternehmen mit Hilfe von Performance-Marketing zu skalieren und ich kann dir schon mal eins sagen, wir sind keine klassische Performance-Marketingagentur. Auf dem Markt gibt es so viele Gurus, so viele Agenturen aus der Bubble und das Problem ist meistens, die können zwar gut verkaufen, aber die können nicht liefern, die können jetzt keine Ergebnisse liefern und vor allem nicht überragende Ergebnisse. Entweder du generierst gar keine Leads oder da kommt mal ein bisschen was, was aber jetzt auch nicht wirklich befriedigend ist. Bei uns ist es wirklich so, wir haben ein eigenes In-House-Marketing-Team. Das heißt, wir haben ein Team aus Top-Talenten und das sind zum Beispiel Google-Ads-Experten, die davor teilweise für Google gearbeitet haben. Wir haben Meta-Ads-Experten, wir haben Webseiten- und Landingpage-Experten, wir haben Entwickler, wir haben Grafikdesigner und wir haben Webdesigner und wir haben noch externe Partner wie zum Beispiel Creative Director oder Videografen. Und dieses ganze Team hat wirklich ein super Know-how, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Ich bin der CMO, ich verwalte das Team und bin sozusagen das Marketing-Genie dahinter. Und wir können dieses Team bei dir im Unternehmen platzieren. Das heißt, wir agieren sozusagen als deine externe Marketing-Abteilung. Mit dem Unterschied, dass wenn du selber ein In-House-Marketing-Team aufbauen würdest, dann würde es dich sicherlich 40.000, 50.000 Euro Arbeitgeber brutto im Monat kosten. Und der Unterschied ist einfach, wenn du uns hierst, kriegst du das gesamte Team für einen Bruchteil von diesen Kosten und kannst damit dein Unternehmen skalieren. So weitere Vorteile sind, dass du eine einzige Agentur hast, einen starken Wachstumspartner, ein Team, was dein Marketing skaliert. Das heißt, du musst nicht mit zig Agenturen kommunizieren, du musst nicht zig Agenturrechnungen zahlen, du kriegst alles aus einer Hand und es einfach mega easy und effizient, auf diesem Wege dein Marketing zu skalieren. Bei einer Zusammenarbeit haben wir sehr, sehr viele Vorteile, von denen du profitieren kannst. Einen genauen Einblick kann ich dir gerne auch in unserer individuellen Wachstumsstrategie geben. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Im Prinzip ist es so, die Zusammenarbeit mit uns ist extrem persönlich. Wir haben meistens WhatsApp-Gruppen mit uns Kunden, Slack-Gruppen mit uns Kunden, um effizient zu kommunizieren. Das heißt, wir antworten dir in der Regel innerhalb von wenigen Stunden. Und das ist leider traurig, aber bei den meisten Agenturen scheitert es schon an guter Kommunikation. Bei uns ist Kommunikation key. Das heißt, das ist das Grundgerüst, um überhaupt erfolgreich zu werden. Gute Kommunikation und dadurch haben wir auch eine gute Kundenzufriedenheit. Können am Ende auch wirklich Ergebnisse deliveren, die überragend sind, die nicht der Standard sind, sondern die wirklich besser als der Durchschnitt sind, damit du auch langfristig an deinen Mitbewerbern vorbeiziehen kannst. Das heißt, wir können dich dabei unterstützen, im ersten Schritt eine hammerscharfe Positionierung auszuarbeiten, mit einem Hammerangebot, dass sich deine Zielgruppe einfach wirklich verstanden fühlt. Im zweiten Schritt können wir es dann schaffen, wirklich eine richtig geile Außendarstellung zu bauen, mit der du auch Premium-Preise abrufen kannst. Im dritten Schritt schaffen wir es dann über Facebook-Werbung, Instagram-Werbung, Google-Ads oder YouTube-Ads, die Lead-Generierung für dein Unternehmen zu meistern, dass du wirklich hochqualitative Leads am Fließband generieren kannst, mit denen du dann deine Umsatzrekorde brechen wirst. Und dann, wenn du genügend Leads hast und Umsatz machst, helfen wir dir, die Top-Talente zu finden für dein Team, Top-Mitarbeiter, damit du dann dein Team aufbauen kannst und weiter skalieren kannst. Und Schritt 5 ist, wir wiederholen das Ganze, müssen immer einen Schritt besser werden und dann steht deinem umgebremsten Unternehmenswachstum nichts mehr im Wege. Und das ist so, wie wir dich unterstützen können. Du kannst gerne nochmal hier auf der Webseite dir einige Dinge anschauen. Schau dir gerne unsere Fallstudien an, unsere Kundenstimmen. Schau dir gerne unsere YouTube-Videos an, da geben wir auch eine ganze Menge Wissen preis und das for free. Bei uns ist einfach wichtig, dass du einen richtig guten Einblick in unseren Alltag bekommst, in unseren Arbeitsalltag und wie wir es wirklich schaffen, so gute Ergebnisse zu deliveren. Wir werden definitiv deine letzte Agentur sein, mit der du dein Marketing dann endlich auch skalieren kannst. Wir haben viele Kunden, die davor definitiv auch mit irgendwelchen anderen Agenturen auf die Schnauze gefallen sind. Aber ich kann dir nochmal sagen, wir sind keine klassische Performance-Marketing-Agenturen. Wir haben ein eigenes Industrie-Team, was wir bei dir platzieren im Unternehmen, damit du mit einer richtig guten externen Marketing-Abteilung skalieren kannst. Und wenn das jetzt interessant für dich klingt, dann sichere dir jetzt deine kostenfreie Wachstumsstrategie. In einer kostenfreien Wachstumsstrategie nehme ich mir als Geschäftsführer und CMO Zeit, mit dir in einem Zoom-Call in knapp 60 Minuten wirklich mal eine richtig hammerscharfe Strategie auszuarbeiten. Ich höre dir mal ganz genau zu. Du erzählst mir, was ist deine Ausgangsituation, was hast du bereits versucht, mit wie vielen Agenturen bist du vielleicht auch schon auf die Schnauze gefallen und was sind wirklich deine unternehmerischen Ziele? Ich zeige dir dann ganz genau auf, wie wir diese Ziele mit unserem In-House-Marketing-Team erreichen können. Und das wird kein billiges Verkaufsgespräch. Du wirst nicht unter Druck gesetzt. Das ist nicht so ein 0815-Gespräch, wie du bei den meisten Agenturen vielleicht kennst, sondern ich nehme mir wirklich Zeit, auf Augenhöhe mit dir zu sprechen. Das heißt, wenn du jetzt Interesse hast, dann klicke jetzt hier auf den Button, sichere deine Wachstumsstrategie und dann sehen wir uns gleich auch hoffentlich auf der nächsten Seite wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.